Hallo ihr da draußen, willkommen zu meiner ersten Folge von The Life of Luzmoor. Ich bin wahnsinnig gespannt, was die nächsten Wochen passieren wird während dieser verrückten Zeit. Und ich habe mir überlegt, ich werde meinen YouTube-Kanal, was ihr ja schon sehen könnt, wieder aktivieren, um euch da draußen vielleicht ein bisschen zu unterhalten mit Musik oder mit ein paar Sporteinheiten oder mit Gedanken oder Leuten, die ich gecoacht habe, die einfach endlich mal ihren Moment bekommen wollen, um vor der Kamera quasi zu sein. Sie werden mir Videos schicken, die ich dann reinstelle und die ich dann vorstellen kann. Also es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit. Aber das Wichtigste ist für mich, für euch, dass ihr erstmal gesund bleibt, dass ihr gut auf euch aufpasst. Und ja, heute passiert jetzt auch etwas Verrücktes, was ich bin auch ein bisschen aufgeregt und zwar heute um 18 Uhr, das ist jetzt demnächst, sollen alle Musiker und Hobbymusiker auf den Balkon gehen, um was zu singen. So, und das werde ich jetzt auch machen. Ich werde jetzt die Anlage mal in meinen Balkon oder auf meinen Balkon hochschleifen und schauen, wie das denn so wird oder ob das Ordnungsamt kommt und mich verscheucht. Ich habe keinerlei Ahnung. Von daher, wish me luck und ich entschuldige mich jetzt schon mal. Ich bin absolut kein Technikfreak. Also, es werden bestimmt ein paar Leute kommen und sagen, Jenny, nee, 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 verstehe ich. Aber seht es mir bitte nach. Ich versuche von Mal zu Mal besser zu werden. Gebt mir auch gerne Tipps und Anregungen. Ich bin immer fröhlich und offen dafür. In diesem Sinne, ich fange jetzt mal an mit schleppen und werde es später auf diesem Video sehen. Bis dann. Ciao. Jennifer Lucemore und die singt jetzt gleich ein Gut. Genau, ich gehe meinen Nachbarn jetzt mal so ein bisschen auf die Nerven für drei Lieder und das war es dann. Schau schon wieder. Hallo Martin. Hallo Martin. Musik. Hallo Martin. Hallo Martin. Willkommen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020